Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, wir sammeln jetzt die Sachen für Mieskräfte und schauen hier, dass wir verzauben können. Dafür brauchen wir noch ein paar Zuckerrohrpflanzen, aber die müssen zuerst wachsen. So, ich habe noch diese Aprikoko gesammelt. Gut, und die kochen wir mal, wo Hüppelbälle geben. Ja, einguckt, also müssen wir auch warten. Ah, hier haben wir. Gut, aufteilen, die rein, da haben wir ganz viele. So, können wir alle mal hier reintun. Great Ball haben wir hier, Level Ball. So, ja, Buttons können wir genau so. Äh, ja, die müssen wir zuerst ein bisschen blättern, haben wir aber keinen Hammer. Also, Hammer war so. Ja, toll. So war Hammer. Ja, also, die hier hin. Äh, mit links, aha. Da können wir schon recht viel vorwärts machen mit den Mieskräftwelten. Ähm, schauen, dass wir eine gute finden. Vor allem eine Untergrundwelt möchte ich gerne finden. Für die Ärzte. Und, ähm, eine Welt, die Neffe beinhaltet oder so. Oder Planeten. Wäre auch geil. Hm. Ja, es gibt ganz viele schöne Welten, auch von anderen Mods. Und, ja, ich bin jetzt gerade am überlegen. Wir haben nämlich gar keinen Mod, der andere Sachen bietet. Ähm, vom Pixelmon können sie wahrscheinlich keine Welten machen, weil es ja keine gibt. Naja, egal. Aber Hauptsache, wir haben Farmwelten und müssen nicht hier farmen, weil hier ist es recht schwer. So. Hammer. Also Ding. Pokébälle machen. So, jetzt haben wir schon C. Boah. Okay. Ja. Also. Als erstes machen wir mal. Wir könnten mal die, ähm, Pferde scheren. Dazu müssen wir, äh, da die Schere mitnehmen. Hammer machen wir hier rein. Nein, nicht. Die Schaufel. So. Scheren wir die mal. So, dann können wir gleich mal ein bisschen am Haus weiterbauen. Zwar nur wenig, aber das reicht eigentlich schon. So. Wir machen schwarz auf den Seiten. Und weiß hier. So. Und die, wie gesagt, am Boden. Dann haben wir, ja, eine schlechte Villa. Wird sozusagen eher ein kleines Häuschen. Aber, ähm, genau das wollte ich platzieren. So. Also. Hier haben wir das. Hier machen wir das rein. Und. Ja. Was brauchen wir? Als erstes brauchen wir mal Körner für die Hühner. Die Schafe müssen zuerst wieder essen, damit wir sehen, wie wir sie für, äh, nähren müssen. So. Also, ihr esst schön hier. Und. Die Hühner sind hier unten irgendwo. Genau hier. So. Nein. Nein. Ach, ihr seid so Idiot. Jetzt können wir die nicht. Oh. Na toll. Machen wir die kaputt. Dann will ich schon mal ein bisschen, ähm, Ding haben. Fäden. Das andere Huhn ist wahrscheinlich dort oben. Ähm. Ja, die KI der Tiere ist richtig katastrophal. Nehmen natürlich immer einen Weg, egal wohin, damit sie jetzt zum Beispiel hier nach oben kommen oder so. Nehmen immer den einzigen Weg, die sie haben. Und das führt eben so zu, so, so Sachen. Ist ein bisschen schlicht, schlecht. So. Esst einmal. Kommt schon. Esst. Ja, ein Schwarzes und ein Weißes bringt uns nichts. So. Wir machen mal die zusammen. So. Jetzt noch ein Schwarzes, bitte. Genau. Esst einmal. Das ist ein Weißes. Schwarzes, bitte. Lalalala. So viel Weiß, ich habe kein Schwarzes mehr. Hm. Das ist ein bisschen blöd. Bisschen blöd. Bisschen blöd. Bisschen blöd. Ja. Nicht du essen. Die Großen müssen essen. Ach, kommt schon. Ja, genau. Esst mal ganz viel. Äh. 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 Ah ja, die habe ich glaube ich angemacht. Kippe irgendwo. Eventuell. Nein, nicht Kippe immer toll. Ähm. Mob Griefing. Ja. Ich verwessle die immer. Ähm. Wegen. Ja. Dass die Schafe auch nicht nur, ähm. Nur Erde hin. Also ja. Dass das Glas zu Erde wird. Ach, kommt Leute. Ja. Deshalb mag ich Schafzuch nicht. Ja, nochmals ein Weises. Sehr gut. Ah, ist jetzt so blöd. Blöde, dumme Schafe. Blöde, dumme Schafe. Esst doch endlich mal Gras. So, mal ein bisschen Holz wieder sammeln. Dann können wir auch bald noch den Zaun vergrössen von den Schafen. Und mal schauen, wie wir das mit den Höhlen machen. Vielleicht in den Berg hinein. Jo. Jetzt müssen wir eigentlich schauen, ob wir irgendwo, ähm, Kühe herbekommen. Und. Ah, jetzt sind es zwei Scharze. So. Gib mal Schwarz aus Junges. Gut. Also. Wir brauchen Leder. Wir brauchen... Also Leder haben wir schon hier recht viel. Gut. Hm. Nein, nicht das. Das da. So. Und die anderen Leder machen wir dann für Mischkraft. Das brauchen wir noch. Wir brauchen jetzt mal Sand. Für Glas. Ähm. Ja, hier rein. So. Auch hier rein. Das hier rein. Die Bücher. Machen wir zu Bücheregaren. So. Ähm. Ähm. So. 16. Ja. Also. Wir müssen wieder erkunden. Holen aber noch ein bisschen Weizen. Damit wir die Kühe hier hinbringen können. Und, ähm. Ja, werdet endlich mal groß. Bitte. Komm, auswachsen. Ja, wo waren wir nicht? Wenigstens waren wir im Süden. Aber jetzt denken wir noch näher eine Kühe vorhanden. Weiß jetzt nicht wo. Hm. Ja. Mal überlegen. Wir könnten sonst ein paar Pokémons noch fangen. Aber das ist auch das Problem. Es gibt so wenig. Die wir jetzt eigentlich mit Low Level noch fangen können. Wir müssen ein anderes Biom erkunden. Oder auf Zufall hoffen. Aber mindestens zwei möchte ich jetzt hier noch haben. Boah. Wachsen die langsam. Boah. So. Die wachsen gar nicht. Was haben sie denn? Haben wir unseren Garten nicht richtig, ähm, gedüngt? Rankia. Ähm. Wie kann man die runter machen? Egal. Ähm. Rankia. Drogen. Jetzt soll es eigentlich rauskommen. Ja. Düng mal den Rasen. Hopp, hopp. Da ist mal eins. Oh, es wirkt Wunder. Weiß könnten wir eigentlich schon gehen. Ja. Also. Ähm. Ähm. Meine Katze. Ja. Willkommen. Da haben wir auch noch Weizen. So. Luna. Jetzt schauen wir mal nach Kühen. Überall Schweine. 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 Überall Schweine. Hm. Ja, das ist schwer jetzt so finden. Hm. Hier haben wir ein bisschen Sand. Ja. Das ist gut. Weil es schon schön versteckt ist, schandelt es auch nicht. Die Umgebung. Blöde. Ähm. Strömung. Also. Sand haben wir. Und jetzt eben Kühe. Wäre gut. Ha. Ursaring. Äh. Äh. Gebt mir Kühe. Gebt mir Kühe. Gebt mir Kühe. Nicht Schafe. Nicht Schweine. Kühe. Wo sind denn Kühe? Wo? Wo sind denn Kühe? Na 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 na. Wo sind denn Kühe? Oh. Bisse Samen. Komm schon. Bisse Samen. 14. Boah. Ähm. Männlich. Okay. 14. Amber. Ist am effektivsten. So. Meine Katze. Kann nicht aufhören. Muss ich ja kurz. Ähm. So. Jetzt. Muss ich kurz. Äh. Sie stoppen und helfen sie füttern. Wenn die ganz oben da nichts. Ah Mann. Nicht abhauen. Nichts machen und ich immer alles machen muss für die Katze. Komm. Nicht warten. What? Dann hat er. Great Ball. Die werden diese Nerven zu schwer zu fangen. Okay. Okay. Ähm. Rank hier. Jetzt tappen. So jetzt. Meine Katze. Schlimmer ist. Ah. Komm fang doch jetzt endlich. Nicht warten. Wie lange geht es euch? Boah. Also. Also. Wir haben es gefangen. Boah. Also bis gleich. Ja. Bieses haben gefangen und. Ähm. Katze befriedigt. Äh. Befried. Scheinbar schon. Und wir haben noch einen hier. Okay. Ähm. Ich will mal Teddy Uo so trainieren. Aber nicht bei dem. Wo ich will es sagen. Ähm. Ja. Ja genau bei dem. Wieso nicht. Aber wir messen auf die andere Seite. Bisschen auf diese Seite hier. Mal schauen. Oh. Basebrot. Komm. Das schaffst du aber. Ähm. Was haben wir? Lick. Lick ist lecken. Haha. Yes. Okay. Sehr stark gewesen. Pff. Gut. Ähm. Dann schauen wir weiter. Wir haben. Veni Karpi hier. Leider da auch Veni Karpi. Wir haben sie gar noch nicht. Ähm. Geheilt. Ja. Wir müssen mal zum Pokersender gehen. Ah. Da sind Kühe. Wollen wir die mitnehmen? Das ist aber ein langer Weg. Ich hoffe die kommen jetzt hier über die Berge. Wir brauchen nur zwei. Wir brauchen nur zwei. Aber mehr wäre besser. Schaffen wir die vier? Ah. Ja. Die Kühe kommen glaube ich mehr mit. Ich weiß jetzt nicht wieso. Aber das ist mir letztens bei den. Ähm. Ding schon aufgefahren. Bei den Schafen. Ja toll. So. Kommt. Dann hier durch. Wie cool. Eine Kolonne. Schön. Hier nach oben. Dessert. So. Ähm. Wir machen die Kühe irgendwo hier hin. Bis wir eine Weide haben. Könnten sie auch hier lassen irgendwo. Wie geht das am besten? Die spawnen sowieso nicht. Also könnten wir die einfach hier lassen und dann sie holen. Hm. Ja hier ist gerade ein bisschen schlecht. Da unten durch. So. Kommt. Genau. Hm. Ja also lassen wir sie hier. So. Also. Dann machen wir am besten Abra von nach vorne. Und trainieren ein bisschen Abra an den Fischen hier. Ja. Ähm. Münstieb. Fake out. Was ist das genau? Trugschlag. Nein kann nicht sein. Bis. Und. Bei bis nochmal. Abra ist level 6. Abra. Gut. Das nehmen wir noch. Machen wir rank hier. Weinwip. Rankenhip. Nochmal das Rankenhip. So. Level 7. Sehr schön. Zwei Level gemacht bei Abra. Kuhgehege. Jetzt. Ja machen wir die Zöllne. Ich mache hier unten das Kuhgehege. Weil wir oben auch nicht so viel Platz mehr haben. Ja. Also zuerst mal Stöcke. Dann. So. Gut. Dann noch ein bisschen Wolle. So. Sand hier rein. Und. Ähm. Und die so. Kabet. Ja. So. Dann machen wir mal die Zöllne. Ähm. Ja. Hier. Wir könnten hier das mit einschließen. So. Ähm. Ja. Machen wir das mal so. Dann haben wir da. So. Und. Machen wir das mal so. Da innen möchte ich aber. Ach komm ey. Flöte Bäume. Flöte Bäume. Dann haben wir hier ein bisschen mehr sicher, dass die nicht ausbrechen. Ah. Und jetzt das. Das da. Ähm. Das da. So. Ja genau. Hallo. Ja. Sehr gut. Die Kabel zu platzieren ist wirklich richtig kacke. Und hier drauf zu sein ist auch richtig kacke, weil wir hier auf die Seite nicht können, sonst müssen wir mal die Blätter kaputt machen. Da oben sind irgendwo die Kühe. Nehmen wir mal die Kühe mit. Und eben, wir brauchen noch die, ähm, Karotten für die Schweine. Geht mal weg. Alle. Kommst du hier drauf? Nicht. Kannst du hier nicht drauf? Ach Mist. Komm hier hin. Komm. Hallo. Du musst hier hin. Du musst. Du wirst jetzt geschoben. Hahaha. Hahaha. So. Komm jetzt rein. Komm. Ja. Oh, du bist noch mal ein süßer Kuh. Also, dann machen wir mal das so. Die bricht halt wieder raus, wenn sie will. Und die anderen sind hier oben. Sehr gut. Ähm. Aber alle. Komm, nicht abhauen. Da ist auch noch eine. Und eine ist dort unten. Und das ist unsere, die wir schon dorthin gelockt haben. Kommt. Dann haben wir das auch schon. Unendlich Leder. Und unendlich Fleisch. Die Ksalala. Kommt. Ja. Schneller. Gut. Loll. Das ist da drüben. So. Süß Küchen. Oh, wie süß, so süß. So. Wie süß ist das denn? 1, 2, ja. Gut. Ähm. Das könnten wir jetzt noch kurz machen. Ähm. Das Biesesam rausholen. Dazu müssen wir aber noch kurz zum Pokécenter. Oh, schaut euch das Nocturne. Also normales rausnehmen, was jetzt nicht unbedingt hier drin sein muss. So. Das Zeugs kommt mal hier. Gut. Also, ähm. Erde weg. Zum Pokécenter heilen. Und dann noch eben Biesesam rausnehmen. Ähm. Ist auch ein nices Pokémon. Kann man auch sehr gut trainieren und so. Und fürs Fangen benutzen. Also. Ich mag die Geräusche hier nicht so. Von diesen Heilungsstationen. Aber. Die müssen wir ja nicht im Haus haben. Ähm. Ja, Abra. Weil ich möchte gerne Abra dann schneller trainieren. Auf Level 15. Dann tun wir das rein. Und. Jetzt könnten wir. Kurz die Map anschauen. Wo könnten wir das nächste Mal hin? Wir könnten das nächste Mal in die Berge hier gehen. Gehen wir am besten hier oben durch. Und. Hier unten rechts waren wir ja schon. Die Karte hat sich irgendwie. Ähm. Resettet. Und. Das so gehen wir mal. Ja. Hier haben wir aber auch schon ein bisschen erkundet, oder? Nein, glaube ich nicht. Ja, da gehen wir das nächste Mal dort ein bisschen hin. Und suchen ein paar Pokémon. Wir fangen ein bisschen Pokémon. Also nächstes Mal eine Pokémon-Fang-Folge. Äh. Leider können wir nicht so viele fangen, weil wir wenig Pokéball-Bälle haben. Und. Ja. Die Pokémon sich auch sehr schwer. Ähm. Fangen lassen. Ja. Also. Mal schauen dann. Gell? Ähm. Dankeschön fürs Schauen. Und bis zum nächsten Part. Euer Drago-Buster. Tschüss. Tschüss. Tschüss.